Mit dem Jolifin Lichthärtungsgerät Sensitive LED und UVA kannst du alle UV- und LED-Gehle aushärten. Das pflegeleichte Gehäuse ist mit vier Universal-LED-UV-Röhren ausgestattet. Diese haben eine sehr lange Lebensdauer und müssen nicht gewechselt werden. Der Innenraum des Lichthärtungsgerätes ist komplett verspiegelt. Auf der Oberseite der UV-Lampe befindet sich der Timer-Knopf. Einfaches kurzes Drücken aktiviert die 2-Minuten-Timer-Funktion, Längeres Drücken die Dauerfunktion, die durch Ausschalten auf der Rückseite deaktiviert wird. Das Jolifin Lichthärtungsgerät Sensitive LED und UVA gewährleistet eine gleichmäßige und optimale Aushärtung von allen UV- und LED-Gehlen. Pretty Nail Shop – Jedes Mal ein Päckchen Glück!